ja da hat es mal wieder ein Cut gemacht merkt man immer wenn es ein bisschen beziehungsweise der Frame auf Null geht dadurch weiß ich das Fremds aufnimmt so machst du hier machst du das da rein so machst du super Grundriss ist schon mal fertig also an der Breite das ist auch okay so hier ist ein Loch das wir natürlich nicht haben aber ich glaube das finde ich mit Wasser wird cool das ist bestimmt cool ich habe hier noch ein paar Sätzdinge genau ah hier kann ich ein Bambus anwachsen lassen hier machst du Sätzdinge da machst du immer schwieriger so ein weischt hier dann wieder auf den lehnen auf den hier mal schreien und da da brauchst du so das sind ein bisschen viele nicht egal passt schon passt schon so eine Wörter Mensch haben wir schon da die muss ich mir nicht noch mal neu machen es kommt mir irgendwie die Nacht kommt mir irgendwie viel heller vor oder kann das sein äh wo war das Video-Settings ups ja so passt es doch ich hatte es einfach zu hell ich habe mich schon gewundert warum das Ganze so hell ist was mache ich hier was mache ich hier ich wollte ja eine Tür machen epische Türmusik da fühle ich mich schon viel motivierter eine Tür mitzumachen ok das Haus ist fertig das war's mit den Let's Play passt schon tschüss viel Spaß auch wenn's andere von mich wollen mein Schatz so so passt es schon ah scheiße ich hab keinen Ofen um ach kein Ofen keine Kohle naja packen wir dort einfach da rein so sollt passen so wieso spielt denn das Lied nochmal so ab keine Ahnung achso ja genau ich hab also eben bei der Aufnahme hab ich eine ganz andere Playlist genommen und dann kam das Lied ja mal als erstes oh jetzt weiß ich mehr weiß ey ich mach das mal hier anders so 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 sieht es so viel schöner aus so es gibt es hier auch ähm ähm wie soll ich das jetzt sagen ähm Licht sag ich mal sag ich mal sag ich einfach mal Lampen dazu das gibt es auch hier in Minecraft wie man die kräftet weiß ich allerdings nicht das passt mir das wird das sollte ich vielleicht auf Wikipedia also Minecraft Wiki nachschlagen da steht es bestimmt so ja ich weiß das sieht nicht so geil aus ich bin noch nicht hier der beste Bauer Ingenieur Ingenieur was auch immer ich kann es halt noch nicht so gut ich hab das Spiel schon seit über zwei Jahren ne seit über ja schon knapp eineinhalb Jahre das Spiel wird irgendwie nie langweilig ich meine solche Spiele wie Belfield oder so werden ja schon nach ca. ein halbem Jahr langweilig wenn man da schon das höchste Level ist hat man da sowieso keinen Bock mehr in Minecraft das geht halt immer weiter ohne Limit so noch ein bisschen Sand 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 so jetzt hab ich mal mein Skin ich hab natürlich eine Kuh als Skin was hättet ihr anders gedacht und auch wie es sein soll mit Anzug yay Anzüge sind Pflicht so da werd ich natürlich noch so ein stylisches Dach hinbauen ist ja klar ich muss einfach mal das Holz zum Brennen so so äh gibts her ich soll vielleicht mal ne Leiter bauen bevor ich das mach drei Stück gibt das jetzt ich glaub das nicht äh immer zwei also ganz am Anfang gab es nur eins und jetzt gibt es drei also gibt es also nicht gibt es also nicht gibt es sondern es gibt dir drei Stück hab ich glaub ihr wisst was ich mein komm ich da ran eh eh ja passt passt ey soo hallo mir ist irgendwie gepatcht das ist dass man das dann nicht so dran bauen kann wir haben die diese Schweine nicht so ich das 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 se das das Vielen Dank.